Ja, wir sind wieder zurück live hier bei uns im Stream, im Charity-Stream, bei dem es nach dem Motto Jedes Tor ist ein Geschenk, darum geht, dass wir möglichst viele Tore heute erspielen, um Kindern im Ahrtal, ihr habt es gerade eben gesehen im Clip der Sendung mit der Maus, um den Kindern, die im Ahrtal während der Flutkatastrophe so einiges erleiden mussten, um denen zum Jahresende ein Lächeln ins Gesicht zu schenken. Heute haben wir jetzt schon eine ganze Menge gesehen, wir sind schon über sechseinhalb Stunden live, wir haben schon über 50 Tore gesehen in elf Spielen, ich glaube es sind 56 Tore, die wir jetzt gerade haben in elf Spielen, sieben Siege für das Team von eSport Manager & Friends, natürlich auch dank der Unterstützung unserer Gegner, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht immer ganz ernst gespielt haben und dafür gesorgt haben, dass es aber zumindest abwechslungsreiche Spiele waren und jetzt gleich geht es in den zweiten Teil des Abends. Wir haben jetzt nochmal vor uns eine ganze Menge an Spielen gegen Teams, die dem einen oder anderen vielleicht was sagen werden. Es startet gleich um 18.40 Uhr mit Fortuna Köln als Gegner, dann geht das weiter mit Paderborn E-Sports, die die Spielgemeinschaft auch mit dem SC Paderborn haben. Dann um 19.20 Uhr spielen wir gegen den Drittliga-Profi vom SVW in Wiesbaden, Sascha Mockenhaupt und so geht das weiter. Stuttgarter Kickers, Fortuna Bottrop, SC Edermünde, Pforzheim, Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Aalen, Ajax Aachen, Carl Zeiss Jena. Also der Abend wird voll, es wird viel Pro-Clubs gespielt und bevor wir in den Abend rein starten, habe ich einen Gast hier noch bei mir mit auf der Bühne. Ihr kennt das Gesicht möglicherweise. Jetzt gucken wir einmal nochmal kurz auf die Gegner des heutigen Abends. Ihr seht es nochmal, auch jetzt bunt auf grau. Da ist eine ganze Menge dabei, wo wir viele Tore erwarten und wo wir auch eine echte Challenge bekommen, das sind alles Profi-Teams im Pro-Clubs. Bei mir jetzt Andi Franke. Andi, hi, schön, dass du auch mit dabei bist. Du bist ja sowas wie der oberste Interessensvertreter des E-Sports in Nordrhein-Westfalen, aber vielleicht kannst du das selber so ein bisschen einordnen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, das kann man so sagen. In Nordrhein-Westfalen hat sich ja dieses Jahr im Juni der Landesverband für E-Sport gegründet und diesen darf ich als erster Präsident vorstehen. Hallo, Mr. Präsident. Vielen Dank. Genau, und ja, nachdem wir natürlich jetzt am Anfang erstmal die Gründungsorgien durchbringen mussten, die man einmal hat, Eintragung ins Amtsgericht, also dass wir im Vereinsregister drin sind beim Amtsgericht, die Eröffnung von Gründen, also die ganze Bürokratie, die am Anfang einmal dasteht. Nachdem wir das jetzt alles durchhaben, sind wir jetzt tatsächlich auch in der inhaltlichen Arbeit. Das Präsidium hat sich komplett konstituiert. Ihr habt diese Woche Sonntag Präsidiumssitzung, richtig? Genau, am Sonntag haben wir wieder Präsidiumssitzung. Genau, wir hatten die Präsidiumssitzung jetzt gerade in der Anfangszeit, wo sehr, sehr viel zu klären war, zu organisieren war, hatten wir sie 14-tägig und jetzt haben wir sie auf monatlich gelegt, weil dann doch die Belastung, weil es ist ja auch alles im Ehrenamt, doch ein bisschen hoch war. Aber wir sind jetzt tatsächlich dran, wir arbeiten jetzt inhaltlich. Wir haben jetzt auch die ersten Termine schon bei den Fraktionen im Landtag gemacht und haben uns dort als Verband vorgestellt, haben quasi auch mal so ein bisschen die Interessen ausgetauscht und darüber gesprochen, wie es denn in Zukunft auch sein kann, wie der E-Sport in NRW denn auf politischer Ebene quasi behandelt werden kann, was für Rahmenbedingungen es braucht, damit wir auch gute Möglichkeiten haben, den E-Sport in NRW zu entwickeln, voranzubringen und vor allen Dingen auch natürlich den ganzen aktiven Menschen im E-Sport und auch den aktiven Menschen oder den Menschen, die noch im E-Sport aktiv werden möchten, eben Möglichkeiten zu liefern, dass sie das auch tun können. Die gesellschaftliche Verantwortung von E-Sport sehen wir heute, oder die Möglichkeit, wie E-Sport in der Gesellschaft auch helfen kann, sehen wir heute in unserem Charity-Stream. Ist das etwas, was häufig unterschätzt wird, dass man auch durch digitalen Sport einfach ähnliche Möglichkeiten hat, wie man es im Fußball oder in anderen Sportarten schon lange kennt, Benefizaktionen sind gang und gäbe. Ist das im E-Sport noch nicht, oder ist das noch Entwicklungspotenzial, wo auch der E-Sport weitermachen kann und wo auch der E-Sport sich auch in die Gesellschaft hineinbewegen kann? Weil häufig werden Gaming, E-Sport ja eher so ein bisschen kritisch gesehen. Ja, also auf jeden Fall. Man muss dazu mal sagen, der E-Sport ist schon tief in der Gesellschaft. Es wird noch nicht so aufgenommen. Guter Punkt, ja. Ein sehr gutes Beispiel ist, ich durfte letztlich einer Veranstaltung beiwohnen, die den E-Sport in Gänse beleuchtet hat, wo es einfach auch Betrachtungen gab zum Thema der gesundheitlichen Aspekte, zum Thema der Aspekte für die Menschen selbst, also soziale Aspekte. Und da stand am Ende dann ein Kommunalpolitiker auf und sprach dann mit mir und sagte, er ist total überrascht davon, wie professionell und wie ganzheitlich das Ganze ist. Und das sei ihm so gar nicht bewusst gewesen. Und das zeigt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass es ein riesengroßes Potenzial gibt für den E-Sport, auch im gesellschaftlichen, das allerdings gehoben werden muss. Und da haben wir momentan tatsächlich noch den Hauptauftrag der Aufklärung. Absolut. Solche Veranstaltungen wie heute können ja da entsprechend so beitragen. Letztlich ist es ja so, wir haben auch heute festgestellt, ich glaube, du hast es auch als Zuschauer im Stream gesehen, es geht auch, Bewegung und digitaler Sport zusammenzuführen. Ja, absolut geht das. Du hast das grandios gemacht. Ich habe mir auch gedacht, also ich weiß nicht, ob ich da gerade ausgelaufen wäre im Spiel. Super. Aber natürlich ist das heute auch eine super Veranstaltung, die einfach zeigt, was für ein Potenzial auch in dieser ganzen Szene drin ist. Ihr habt einfach ein riesiges Event aufgebaut, wo ihr einfach Menschen helft, die unverschuldet in Notgeraden sind und dann halt auch noch diejenigen, die am wenigsten dafür können, die Kinder. Und das kriegen wir jetzt gerade hin über diese grandiose Community, die der E-Sport eben liefert. Und das muss einfach viel bekannter werden. Das muss viel mehr Leuten klar werden, dass das eben nicht nur über ein Charity-Fußballspiel funktionieren kann, sondern dass das tatsächlich auch über die Ebenen funktionieren kann, die wir haben, die Strukturen, die wir aufbauen. Und dass man da auch den Mehrwert erkennt und den Mehrwert sieht, der gesellschaftliche Mehrwert, sowie natürlich auch der sportliche Mehrwert im E-Sport, wo wir natürlich sehr, sehr viel sprechen müssen und sehr, sehr viel aufklären müssen, weil viele Leute einfach noch immer so ein bisschen ein altes Bild haben. Ich sage jetzt mal, der Klassiker Keller, Chips und Cola ist ein Bild, was zum Glück wesentlich weniger vertreten ist, als das noch vor 10, 15 Jahren war. Aber es ist noch nicht tot. Du hast gerade eben gesagt, du hättest nicht gewusst, ob du geradeaus hättest laufen können mit dem Fahrrad drunter. Du wirst dich aber gleich auch der Herausforderung stellen, tatsächlich an der Konsole mitzuzocken. Du hast im Vorgespräch gesagt, Patrick, erwarte keine großen Dinge von mir, erwarte keine großen Aktionen, denn du bist kein Consolero, bist aber aktiver Gamer, richtig? Ja, das ist richtig. Also ich bin tatsächlich auch aktiver Gamer. Ich bin kein E-Sportler mehr, sondern tatsächlich Gamer. Und ja, heute geht es ja um FIFA und ich habe mal sehr aktiv FIFA gespielt. Das war die Version 98. Das ist ein paar Tage her. Seither ist FIFA für mich tatsächlich ein Game, was ich immer mal mit Freunden spiele zwischendurch. Also da komme ich teilweise nicht mal auf zweistellige Stunden im Jahr und dementsprechend erwarte da nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, es hat sich was verändert seitdem. Sehr gut. Hast du schon mal im Team gespielt? Pro Clubs? Nein. Pro Clubs ist das heute tatsächlich das erste Mal. Sehr gut. Dann, Andi, würde ich vorschlagen, nicht lang schnacken. Ab an die Konsole. Gleich geht es los, in wenigen Sekunden sogar eigentlich, laut Zeitplan. Dann gehen wir nochmal rüber. Von daher, ja, das Spiel gegen Fortuna Köln. Vielen Dank. Vielen Dank.